Kanikon, die Foto-Community mit dem Bild im Fokus. Das ist mein Peli 1510, Peli Case 1510, Peli Ken aus den USA. Ich mag die Peli Cases total gerne, auch wenn ich normalerweise nur ganz selten mal den Amazonas runterschwimme und auch nur in Ausnahmesituationen mal mit dem Auto drüber fahre. Die sind einfach von der Qualität her ganz toll, die sind wirklich robust gemacht, die Dinger. Der 1510 gefällt mir deshalb so gut, weil der vom Format her sehr schön ist. Einer der Koffer, die von innen größer sind als von außen. Den kann man im Flugzeug mit in die Kabine nehmen, hat also wirklich ein schönes, kompaktes Maß. Und man kriegt alles rein, was man für ein Hochzeitshooting zum Beispiel braucht. Ich zeige euch heute einfach mal, wie ich meinen Peli 1510 eingeräumt habe und was da so drin ist. Ja, hereinspaziert in meinen Peli 1510. Kleiner Tipp gleich als erstes. Ich habe meinen 1510er beschriftet hier außen in Deckel gewissermaßen, um immer mal zu wissen, wie kriege ich denn eigentlich am schnellsten eingeräumt und so eine kleine Gedankenstütze zu haben. Also nicht wundern, das macht aus meiner Sicht Sinn. Ja, schauen wir einfach mal, was drin ist in meinem 1510er. Fangen wir hier mit den Bodys an. Da ist zum einen ein D700 Body mit Batteriegriff. Dann ist da der D3 Body, also meine beiden Arbeitstiere sind da drin. Da ist ein FB900 Blitzgericht drin. Ich habe hier das Nikon 24-70, ein 35-1.4. Oh, da ist gar kein Deckel drauf. Dann habe ich hier das 14-24, eine Linse, die ich relativ selten brauche, aber immer wieder froh bin, dass ich sie dabei habe. Ganz im Gegensatz zum 85er, das brauche ich ständig. 85-1.4 in dem Fall. Und natürlich hier das 70-200, auch ein Arbeitstier für jedes Shooting. Und da fliegt es auch schon weg. Des Weiteren im Deckel habe ich hier einen Ersatzakku für die D700 dabei. Noch ein SU-800 für entfesseltes Blitzen mit dem SB900 an der D3. Hier noch ein paar von diesen AA-Akkus, meistens sogar aufgeladen. Da gibt es noch einen Ersatzakku für die D3. Und hier schließlich und endlich das kleine Pili-Case für die Speicherkarten. Das ist mein Pili 15 Sehnen. Vielleicht für euch auch ganz interessant. Ich kann den Koffer uneingeschränkt empfehlen. Und ihr seht, es ist Wahnsinn, was da reinpasst. Kaufen das Ding. Canikon. Die Fotocommunity mit dem Bild im Fokus. Canikon. Die Fotocommunity mit dem Bild im Fokus. Canikon. Die Fotocommunity mit dem Bild im Fokus.